Ich lebe für den Klima, wa? Drück ab! Du hast... Töte ihn! Bring ihn um! Was war das? Wart ihr das? Nein. Boah, das sieht schon fast wieder aus wie rosa die Eier. Hahaha, wie geil sieht das denn aus? Schon weh hier rum... Ja, es stimmt halt auch. Wir können halt einfach durchbrettern. Echt jetzt? Ja, ich hab noch nicht genug. Ich hab einen Cut, Sprich, ich bin nicht krank. Ja, du bist nicht krank, ne? Ein Cut ist nicht krank, zwei Cut sind krank. Jungs übertreibst nicht. Ehh, wo bist du? Du hast micherem, Alter. Du musst mich retten. Ich sehe ihn ja noch. Ah, ich sehe dich. so reanimiert auch vielleicht sollte ich mich mal selber ja bei den bei den drei military naja geht alter ist geil seit einfach mit anlauf springen ja leicht das ist auch das ist ein richtiger crazy jump muss wieder aufladen was hast du vor was hast was war das hat ihr das nein runter gesprungen und habe mich direkt mit der waffe das ist eine granate immer gut ausgestattet aber geil das geiler rauch der plant muss kommen der plant muss kommen ich muss das so ich habe die bombe die auch pass auf noch einer noch einer noch einer ich habe die bombe was ist hier hier an der kommen auch nicht an obwohl ich glaube das geht guck mal wenn man da unten richtung hier würde ich halt springen hier ja doch das geht wie sieht es denn aus so probiere ich das jetzt noch mal oder was ich will es jetzt probieren du willst das jetzt auch noch probieren ja okay dann probier es mal mehr so von hier okay okay hier rund hier einfach der da so frei steht ich glaube man muss hier so ich glaube ich muss in diese richtung ja du siehst ja auch die längste kante ja aber ich mag kein 360 ja easy einfach nicht untergetaucht einfach direkt in die schwimmen animation so warte mal lassen wir jetzt mal ein 360 machen alter ist das leicht man ja die ist ja abgeschlossen hat man vielleicht jemand vielleicht jemand holz holen holz holen ja ja hier chillen und jemanden erschießen der mich erschießen will deswegen sind fünf chars schon gut was macht ihr denn da alter richtiger obsthandel und armbandenhandel das ist absolut witzig Moins da rett das reden zwei Stück Warum stein runnig? Warum stein runnig? komm zurück hier Komm hier sind ja voll lause wow wow haha Shimira ist direkt vorne kann der durch Fenster boxen? Ja Ja Moment Moment Hatsi reingeback was? ja ist hier oben drin What the fuck? Oh, die guckt da draußen. Oh, die ist raus, die ist raus. Oh mein Gott. Warum stehst du 9? Ja Leute, jetzt heißt das. Ja, aber ich glaube die mag mich. Ich glaube, die will mich nicht boxen. Lauf. Dann wissen wir in welchen TS-Channel wir gehen. Ich habe auch einen Gamecrash. Ich nicht. Alter, Mann. Ist jetzt alle weg oder nicht? Ich sitze noch da. Ich bin auch fett unconscious. Ich hoffe jetzt kommt jemand angejoggt. Mit so einer P1 mit einem halben Magazin. Ja. Okay, das alle. Zombies? Oh Alter. Taxi ist dead. Oh, natürlich. Schneiden. Nee, ich kack ab, Alter. Reslek. Ist vorbei. Vorbei. Fahr mal jemanden rum. Ich bin nicht so weit rein, Alter. Hallo. 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 Mittelfinger hoch. Ja. Ein Beifliesentüch. Wuuuuhu. Wuuu. Wuuu. Das ist die Mondkotzeinsenate, ja? Hm. Von David Guetta. Schon kotzt der Erste, ne? Was wird hier geraucht? Ist das legal? Ja, der Markt ist im Urlaub. Das CBD hat aufgefüllt. Mev denkt dran, ihr müsst noch wieder stoppen. Die sind dank der, also. Die China, die laufen gerade auf. Dann kannst du gerne gehalten. Los! Lauf! 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 Wir raiden die einfach gleich, wenn sie das hier rein stellt. Die sind halt! Nein! Mev! Oh, nee! Jetzt droppt die und geh raus! Also, bei Enmark wird man dafür rausgeschmissen, wenn man die Tasche so trägt. Perfekt. Ja, das stimmt. Ich hätte mich schon längst mit dem Fass einfach ausgelockt. Ja. Kein Bock auf so ne Scheiße hier. Ja. Los! Rein! Rein! Raidl! Raidl! Es ist kein Platz! Ich hab Scummi Slugs drin! Ich hab Scummi Slugs drin! Hast Gummislugs drin? Ich hab dir nicht getraut. Ich hab geschossen bei dir. Hab ich nicht? Ich hab keinen Schuss gehört. Ja. Jetzt. Hä? Ähm. Und was war das? Ähm. Auf dieser Tüte? Auf dieser Tüte? Alarm! Oh, was? Ich hab Gummislugs drin! Alter! Ernsthaft? 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 Immer einen, der es übertreiben muss. Immer auf jeder Party. Rosalie! Wollen wir Rosalie essen? Kann man daraus Suppe machen? Er ist schon dabei, ja. Glauen, was geht. Ich hau mir in die Auge. Weißt du noch im DS war? Mein Gott, das ist sehr glücklich. Das hat gesehen. Ja, muss ich nicht. Lass sie nach Binnen. Wow, das sieht schon fast wieder aus wie Rosalie. Darauf hast du es. Close enough. Zusammengeklebt. Das ist Kunst. Du es. Du es. Du es. Ja, du es. Du es. Du es. Du es. Du es. Du es. Drück ab. Du es. Du es. Er töte ihn. Bring ihn um. Du es. Er hat es verdient. Er hat es verdient. Er hat es verdient. Er hat es verdient. Er ist es. Hör auf die Stimmen. Man darf nicht auf jeden Fall arbeiten. Stimmen ab. Du es. Seht dich. Seht dich. Was? Schieß. Du es. Hängst zwei Hände. Nein. Ich werde mich niemals auf die dunklen Fahrt der Macht begeben. Langweilig. Warte, mach dir die scheiß Tür auf. Ich würde dich nicht machen. Ich lebe für das Klima, wa? Oh Gott, nein, lass uns mal an. Ja, Alter. Hallo, Entschuldigung, Entschuldigung. Scheiß SUVs. Wie ist er eigentlich gestorben? Ist so. Ich habe Ackerhalten. Der hat sich einfach wegdrücken lassen vom Auto. Ich habe Ackerhalten, deswegen. Entschuldigung. Einmal das Auto hauen. Einmal das Auto hauen. Ja. Ey. Fuckin' Big. Was für eine Range. Das ist die Klima-Kleber-Position. Scheiß SUVs. Scheiß SUVs. Scheiß SUVs. Scheiß SUVs. Also das ist der beste Klima-Kleber-Position. Wir haben mit dem Tomaten. Mit dem Tomaten-Wurf. Und wie der Welt verklebt. Das ist so geil. Polizei gewalt. Scheiß SUVs. Scheiß SUVs. Scheiß SUVs. Man weiß aber nicht, wer das ist. Oha. Why are you running? Das ist vorbei. Hau dir weg. Da schlag jetzt die Sicht drauf. Alles gut. Schluss mit dem Klima-Schleudern. Was ist denn los? Ja, lass mal fahren. Jetzt sagen wir fast, oder? Ja. Rät das? Ey, er ist tot? Nein, er ist tot. Du hast ihn getötet. Ey, Klappe. Du musst echt... Rufen das. Rufen das. Ich will das.